Wir fangen heute an mit 1. Johannesbrief, 1. Johannesbrief 5, Vers 20. Und wir erkennen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat. Der Sohn Gottes ist gekommen, um uns Verständnis zu geben. Welches Verständnis brauchen wir zu erkennen? Damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Das heißt, unser Streben ist denjenigen zu erkennen, der die Wahrheit verkörpert. Also Johannes hat dort nicht den Satz beendet. Und hier heißt es, wir sind in den Wahrhaftigen. Amen. So, wir brauchen denjenigen zu erkennen, der wahr ist. Doch um viel mehr, wir haben das Verständnis, dass wir in dem Wahrhaftigen sind. Wenn wir nun in ihm sind, wenn er offenkundig wird, so werden wir genauso offenkundig. Denn alles, was er ist, genau das sind wir. Er ist die Wahrheit. Also, wir sind in der Wahrheit. So, der Wahrheit muss die Wahrheit sichtbar werden. Und wenn wir in der Wahrheit sind, wir brauchen dann die Erkenntnis, dass wenn die Wahrheit sichtbar wird, dann werden wir genauso sichtbar. Er sagt, this is the true God and eternal life. Und hier heißt es nämlich, der ist, also dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. We enjoy eternal life. Wir genießen ewiges Leben. We experience eternal life. Wir erleben ewiges Leben. When we know he that is true. Wenn wir den Wahrhaftigen erkennen. And know that we are in him that is true. Und gleichzeitig erkennen, dass wir in den Wahrhaftigen sind.